Hallo, hallo, hallo. Was soll er? Jo, sieht das einigermaßen gut aus, Übertragungsrate ist gut, Kilobits sind gut, es wird aufgenommen, ich hab freien Speicher. Sieht alles gut aus, nur der Player hakt, das ist jetzt nicht so schlimm. So, ich dachte wir fahren jetzt mal hier hin und sorry, dass ich so spät bin. Ich hab nen neuen Stuhl, der wackelt mit und ist ergonomisch und ich merk jetzt schon wie ich Muskelkater kriege. Ja. Aber wir kommen bei... Pacific Drive und wir fahren jetzt direkt in die Sackgasse. Ich hab gestern das Spiel beendet, in dem ich alles fertig repariert hatte. Deswegen können wir straight up starten, was mich sehr freut. Haarsträumendes Tempo. Ja und jetzt können wir mittlerweile diese Schnellstraße verwenden, was ich sehr cool finde. Und hier ist nicht viel. Oh. 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 Das ist ein normales Auto. So. Jo. Also was ich jetzt hier gucke ist eigentlich, ob ich irgendwo ne Rohrpost oder sowas finde. Beziehungsweise, dass ich die zum Beispiel nicht über... übersehe. Oder halt gepanzerte Fahrzeuge. Damit ich diese Kerne bekomme. Weil da macht es eigentlich Sinn, die in den Regenerator zu packen. Und ähm... Und ähm... Ah. Den wollte ich mitnehmen. Stahl-Tür. Kastenwagen. Und... Stahl-Tür. Kastenwagen. Und weiter geht's. Blblblblblblblblblbl. So. Also ich muss mir merken, die Macke... Wenn ich das Auto einschalte, geht die Innenbeleuchtung an. Und da können wir noch eben rein. So. Na, das ist ja jetzt ein... Oh. Telefon. Okay. Und hier ist dann auch nichts weitere. Das ist irgendwie ein wenig enttäuschend. Aber Radio kann mal an. Und hier sind sicher! Das stimmt nicht! Also. Wow. Na, ich krieg das noch hin. Oh ja. Oh nein. Das heißt, beim Gas geben... Das ist ja jetzt blöd. Hm. Hm. Ja, haarsträubendes Tempo kommt eben hier schon gleich. Aber die Bremsanlage funktioniert wenigstens. So. Oh. 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 Okay. Hab ich doch richtig gesehen. Okay, ich dachte gerade der Scheinwischer geht auch an, aber... Äh, Matsch. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Gott, oh Gott, oh Gott. Dann fahren wir hier lang und holen den nächsten, oh Gott. Den nächsten, wollte ich sagen. Was soll das denn? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Koror, koror, koror. Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, noch eins. Okay, da ist so ein komischer Funkmast. Okay. Damit sollten wir hoffentlich... Gott, oh Gott, oh Gott. Dann klammern wir uns noch den. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte mal reparieren. Mann, okay. All right. Okay, geht einfach random auf. Okay, geht einfach random auf. Alter, ist das nervig mit der Tür. Oh oh, wollen wir mal full speed gehen? Yay. Nice. So. Also Blei-Auto-Frags, Kastenmarken, verlassene Skür. Und Flugfel... Ah, okay. Erzürnte Entführer. So. So. Da fahren wir aus drum. Okay. Okay. Ich will das Portal auslösen und dann direkt weg. Weg. Okay, Entführer sollen aggressiv sein. Okay. Okay. So. 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 Ups. Okay, das soll endlich mal eben drunter nehmen. Okay, so dann noch den Kern und dann reisen wir zurück. Ah, da ist die Säule, okay. Nehmen wir noch eben die Rohrposten mit, die kann man immer gebrauchen. Und dann geht's weiter. Okay, das mit dem Sturm geht verdammt schnell. Gott, oh Gott, oh Gott. Dann lege ich das Auto einfach aufs Dach in der schlimmsten Zeit des Games. Was zur Hölle ist das? Oh, das ist so ein Gefahrenanker. Ich weiß nur nicht, ob ich in der roten Zone wirklich überlebe. Ich gehe mal stark davon aus, nein. Oh, meine rechte Tür geht bald kaputt. So, haben wir den Bereich dann auch erkundet. Hallo. Oh. Achtsam. Ja? Ja? Okay. So. Auto. Schaltet sich ein. Innenlicht schaltet sich ein. Ah ne. Eher so halb. Also nubbend. Das hier ist wohl ähm. Man kann Macken finden. Radio schaltet sich ein. Tür hinten links. Löst sich. Löst sich. Ah. Und äh die Macken können Dinge auslösen. Wie zum Beispiel. Hier löst sich das äh die Tür einfach. So. Okay super. Ja also das ist ganz nice gemacht. Man kann irgendwie. Man kann irgendwie. Macken finden. Folgt den. Okay. Ähm. Und die macht dann so komische Sachen. Wie offensichtlich gerade aufgefallen ist. Ja. Eben gerade in der einen Region. Ähm. Ähm. Falls es nicht aufgefallen ist. Ist das Auto einfach weggefahren. Äh. Jedes Mal wenn ich einen Anker aufgehoben habe. Ja. Also. War an sich ganz lustig. Aber natürlich auch Max nervig. Ist das nie gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ah. Aber an sich ist das eine echt coole Sache, dass dann einfach das Auto wegfährt. Also finde ich zumindest. Okay. Pseumatischer Schrank. Da will ich doch mal hier unseren Hauptschrank upgraden. Oh. Nice. Aber ich finde das mit den Macken halt auch so cool. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So... Das war's für heute. So. Damit haben wir das alles wegsortiert, glaube ich. Ja. Das war's für heute. So... Das war's für heute. So... 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 Okay, dann kriegen die halt nur Stahl. Hm, schwarz. Okay, das passt. Ich wollt mal... Wie sieht das aus? Oh yeah. Cool. Das muss ich dann bei dem anderen auch noch anbringen. Oh Gott, was ist das denn hier oben? Extreme Bedingungen. Rastplatz. Mitternachtswald. Feuchtwald. Ewige Stabilität. Ewige Stabilität. Zeitfahrerkontrollposten. Den will ich mir doch mal angucken. Das hört sich doch gut an. Holy. Okay. Okay. So. Kleinen Moment mal eben. Ähm. Nicht, dass du grad die ganze Zeit... ...instabil? Ähm. Auto. Keine Framedrops. Upload sich gut aus. Ja. 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 Ich bin. Ich bin wirklich gut aus. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Und... Okay, aber... Das war's. 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 Die... Das war's. 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 Hello? Oh, Oh. Das war's. ... ... ... Okay... Also hat's. Das war's. Okay. Okay. Ich muss... ... ... ...... 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 ......... ...... ......... ......... ......... ......... ............ ..................... Der ist ja schon wieder so schlecht, dass er wirklich weh tut. Ähm, ja, nein, äh, der hat eine bewegliche Sitzfläche und dadurch bewegst du halt deinen Körper ziemlich. Und das ist halt richtig nice. Also aus ergonomischen Gesichtspunkten und der andere Stuhl, da tat mir auf Dauer so der Arsch weh, dass das hier echt ein Unterschied von Welten aktuell ist. Der ist zwar noch nicht so ganz richtig eingestellt, aber, ähm, das kommt noch. the After the multi-stage evacuation of the Olympia Peninsula's 100 000 strong population, the records get sketchy. Once the region is swept clean of civilian eyes, the flow of information trickles to an eventual stop. Arda has always maintained that the evacuation was done in the name of national security, Der war nicht nur durch, der war durch sein Urgroßvater. Immer schön auf die Straße gucken. Nee, also, ähm, der hatte noch nicht mal mehr, äh, die Rollen haben noch nicht mal mehr richtig funktioniert. Und, ähm, ja, also, es gab echt viele Sachen, die absolut katastrophal waren mittlerweile. Die Sitzfläche zum Beispiel war komplett durchgesessen. Und, ähm, du hast auf blanken Plastik-Metall gesessen. Und das tat auf Dauer so weh. Und, und, gestern nach der 9-Stunden-Session, heilige Mutter war das. Unbequem. Also, ich war da echt froh, dass ich dann durch war. Und, ähm, ich glaub, ich hätt auch nicht viel länger durchgehalten. Oh, okay. Okay, viel Erfolg dabei. Das hatte ich gestern Abend noch vor mir. Das tat aber ganz gut. Gut, da wurde der Poppes entlastet. Gut, da wurde der Poppes entlastet. Oh. Gut, da wurde der Poppes entlastet. Sobald! We never came up with a way to harness those storms. I imagine if we could. Was she a power of those things? She's a power of those storms. Untertitelung des ZDF, 2020 Scheinwerfer Und nochmal Türen Okay So, ich glaube eine komplette Ausrüstung Passt in eins von denen hier rein, okay So, ich glaube eine komplette Ausrüstung So Okay, dann nehmen wir den hier Und reparieren ein paar Sachen Die Tür Die abgeschirmte Platte Das Teil muss auf jeden Fall Das sollte auch So, die Scheinwerfer Die Batterie Und das Parkassistenzsystem Okay Okay. 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 Tür dran. Was fehlt jetzt noch? Gepanzerte Tür? Gepanzerte... Okay. Ah, und dann muss ich noch eben die Folie... Okay. Okay. Dann reparieren wir noch eben die Reifen... Okay. 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 Äh, wie meinst du das? Klar habe ich das zurück geschafft. Das war ja nix großartig Schlimmes, sag ich jetzt mal. Okay. 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 Mm-hmm. Oh. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Und der Sturm. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und da ist. Das war's. 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 Oh Gott. Das war's. 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 Okay, das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay, das war's. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Also das ist wirklich Weltuntergang hier gerade. Also das ist wirklich Weltuntergang. Okay. Ich würde sagen, oh Gott. Das war sehr, sehr knapp würde ich sagen. Aber wir sind mit sowas von guten Sachen nach Hause gekommen. Also drei Beschädigte, vier Instabile und nur zwei Stabile. Was bedeutet denn mit Stern? Sternchen, seltsam. Pacific Drive, seltsame Ausrüstung. Pacific Drive, seltsame Ausrüstung. Pacific Drive, seltsame Ausrüstung. Okay. Pacific Drive, seltsame Ausrüstung. Pacific Drive, seltsame Ausrüstung. Pacific Drive, seltsame Ausrüstung. Okay. Pacific Drive, seltsame Ausrüstung. Okay. Pacific Drive, seltsame Ausrüstung. Okay. Pacific Drive, seltsame Ausrüstung. Pacific Drive, seltsame Ausrüstung. Well-Mervier, seltsame Ausrüstung. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Was heißt denn dieses Minus 300? Ah Das kann ich doch dann eher zerlegen Verdammt Okay Seltsame Teile können anscheinend nicht zerlegt werden, na toll Okay Okay Nee, funktioniert leider nicht Tut mir echt leid Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, den können wir vergessen. Also müssen wir einen neuen Offroad-Reifen bauen. Okay. 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 Viel Spaß. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den können wir eben noch fix holen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Huh. Huh. Hui. Okay. Damit haben wir das geschafft. Und. Huf ins Ziel. Oh ne, doch noch nicht. Haarsträumendes Tempo, Nesta, okay. Oh ne, ja. Oh oh. Auf geht's. Oh hoover. Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der macht hier Kacke. Ein Auto. Das ist einfach weggefahren. Ja, ganz komische Geschwindigkeit hier. Oh, guck mal. Den hier will ich mitnehmen. Die kann man ja immer ge- Oh, guck mal. Das ist sogar ein neuer. Okay, schade. Ich hätte jetzt gedacht, man kann da irgendwas mitnehmen. Das ging wohl nicht. Nicht, dass das gleich nochmal wegfährt. Oh, oh. So kommt man natürlich auch sehr schnell voran. Nice. Und hier können wir vielleicht ein bisschen durch die Gegend fahren und Sachen sammeln. Hmm. Huh. Oh, jeez. You know, I, I, I remember red metal like it was yesterday. You up to your eyeballs and paperwork. Francis called and chopped us from the blackboards. You mistaking my lab notes for trash pile and throwing away weeks of work. Yeah, yeah, yeah. Yeah, it'd be nice to see it again. They bulldozed that facility to the ground. There's nothing left to reminisce about. What? Alter Schwede, ey. Heute hab ich das auch mal im Wetter. Gotto, gotto, gotto. So are you. You chose your urban legends over everything else. You wonder if I regret it? I have no interest in regret. I want to know if you ever felt that leaving was a real option. After everything I've seen and heard and felt here? No, not a chance. Then we have that in common. Oh. Damit kann ich diese Carbon-Geschichte endlich anfertigen. Okay, das sollte ich ordentlich abformen. Oh Gott. Oh Gott. Wat ne Lautstärke ey. He left unosロージERT. I'm sorry. You didn't know about his Demotion. Hm. It wasn't my secret to tell me. It's fine. This is between him and me. Okay. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter Schwede. Oh Gott. Toll. Liegen gelassen. Bin ich echt weit mitgekommen. Oh Gott. 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 Next Level Kack. Okay, die geht nicht einfach so auf. Oh Gott. Dr. Okay. Okay. Jetzt wird's. Ziemlich dunkel. Kein Licht. Es kann auch sein, dass ich, äh, dass ich, äh, dass ich in die falsche Richtung gefahren bin. Was ich jetzt stark vermute. Und dazu habe ich noch einen Platten Und nicht mehr genügend So, vielleicht Ich lade mal eben die Karre auf Ja, ich weiß nicht, ob ich das gut finde Oh, die ist defekt und entnäht sich Verdammt Ja, ich sehe Ah. Whoa, try and hang on to it. Where are you going? There should have been the end of the facility. According to the blueprints, anyway. So, ich lad mich mal eben. Ja. Hier, äh, die 4,2, 4,3, das ist meine Batterie, aber die seitliche Ausrüstung nimmt grad Schaden. Hier. Und die ist bald, ähm, wenn man sich das abguckt, unzuverlässig. Heißt, ich muss die entsorgen, wenn ich das nächste Mal in der Base bin. Ups. Das muss ich mal eben fix reparieren. Das war nicht geplant. Ähm, ich hab diese Ressourcen hier gesucht und gesammelt. Die 25 hier und die. Ähm, und, äh, meine Ausrüstung, die ich aktuell am Auto habe, ist eher gegen, ähm, Explosionsschaden zum Beispiel. Oder Kollisionsschaden. Und hier sind überall nur Säureviecher unterwegs. Und, äh, haben das Auto halt hart beschädigt. Und, äh, haben das Auto halt hart beschädigt. Und, äh, das Auto ist nicht mehr... zu retten. Okay, hier ist was. Und, äh, das Ding in der Deep Zone... ... die Called it the Well. Oh, fantastic. Tobias, run those reports through the Decryptor and see what you could find. Oh, you'll like this, Tobias. Your Remnant origin story, if you will. Let me guess, you're about to ruin a good urban legend with a bunch of science. Fine, I'll read this one myself. Nice work, Driver. We'll review these and summarize our findings after. Ja, ne, ich hab zu sehr auf den Chat geguckt und dann bin ich gegen Sachen gegen gefahren. Könnt man vielleicht so sagen. Äh. Ach. Falsch Knopf gedrückt. Krass. Oh, läuft. Oh, oh. Oh, oh oh. This is... a decrypted record of the accident. Hoppy, are you sure you wanna hear this? It's got details about Allen's final moments. Okay. Dann gucken wir mal, was wir noch so finden. An diesem komplett heruntergefahren und abgefracktem Auto. Okay, das müssen alle gewesen sein. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ich hin muss. Hier, offensichtlich. Hier und so sieht die Region aus. Und... Ja. Die will einen einfach töten. Oder? Äh. Alles ziemlich abgefragt und runtergekommen. Oh, Auto. Also... Hier ist wirklich alles dabei. Okay. Okay. Von hier komme ich doch gerade, oder? Kein P-Nebenstraße. Oh Gott, ey. Ich hoffe ja, hier gibt es eine Reparaturwerkstatt. Die gab es zwischendurch auch mal. Wenigstens ist es Tageslicht. Ich bin fast. Okay. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Sie haben ihn als ein Hotspot von Ultra-Energie-Gamma-Radiation gegründet. Ihre Erruptions waren spontanäne, und letztendlich, Otter machte keine konklusion über was die cause, wann es blöde, oder wie destruktiv es sein würde. Otter, natürlich, wollte er zu kontrollieren dieses Bottomless Well-Energie. So haben sie in Dr. K. und Allen, um zu recherchieren, Activation, und Containment. They discovered a way to reliably trigger the well. And that was the remnants. And that's what the remnants have been leading people towards. The well. Komische Häschen. Und die machen die Karre kaputt. Äh... 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 Das ist eindeutig, ähm... Der Rest... Die Karte selbst. Der Rest... Ich habe Dr. K.'s Applaus, und jetzt weiß ich, was er sich denn in der Soundzeit war. Der Produkt, in den Städten nachher ausgeführt. Er hat ihn spätgewacht. Er hat sich in den Städten nachher husbands lang, Dr. K.'s Radiation Exposure hat sich nicht nur nochmals gesagt. Der Moment, dass er die Karte wieder sein soll PIere, dann hat er ihn zurückgebezelt. Er ist in der Städte. Und er hat sich direkt und schliedert. ...we carry on in the hopes that he would reproduce anything useful. They worked for two whole years before they quietly retired him from his post. Okay, sorry, we scrambled your brain. Your attention, bye. You've got that accident record ready, Tobias. It's time. Okay, then. September 14, 1961. The artist's finalized report on what happened that night. Dr. K. and Alan were testing the activation potential of lab-created remnants. That night was a run-of-the-mill Remnant-Test. Nothing out of the ordinary. The Remnant in question was a tungsten cube. At 3.23 a.m. the cube was brought towards the well. The well reacted at nominal levels. However, at the 500-meter distance, the cube was stopped by the well That was the beginning. That was the beginning. That was the whole thing that worked. And now it's here really all... ...schrottschrottiger and am schrottest. Alan, go on. I can handle it. Dr. K. testified that Alan engaged the suppression protocol and the kill switch. Both of which... So, da wurde das jetzt mal ein bisschen repariert. Zum Glück. I'm sorry, Appi. I'd expect nothing less from him. Oh. What's interesting is Dr. K. and Alan... ...they didn't know any more than we do now. They had no conclusions about what the well is. Or what the Remnants did. Or how they interacted with this well. Maybe they're ladles that will scoop out a meter amount of gamma radiation. Maybe they trigger an eruption that we can't stop and will destroy the zone if we get it too close. That's a hell of a rage. What are we going to do? We keep going. Uh, but if it's an eruption... I already sacrificed the Olympic Peninsula once for the tech. How many chances for total and utter fallout does a gal get in her life, huh? Ha, 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 Appi. In another life, we would have made a fantastic team. In no universe would I not have murdered you in your sleep. Whatever. etc. eva elfa elfa ilfa o 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 Wir müssen hier noch ein bisschen Teile mitnehmen. Ich weiß nämlich nicht, ob die Teile, die wir jetzt noch am Auto haben, überhaupt noch überlebensfähig sind. Ich weiß nicht, ob die Teile ist. Jetzt kommt der Sturm. Aber das sollten wir ja easy schaffen. Wir können hier auch noch sogar einen von diesen Kugeln noch mitnehmen. Oh, sogar eine gefährliche, äh, beschädigte. Oh yeah. Was? Auf der Straße bleiben? Also unser Auto ist eh nicht mehr straßentauglich, also können wir hier auch schön das Fass umfahren. Alter, alles Schrott. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, damit ist die abgeschirmte hier gebunkert, aber ich sollte mich mal heilen, glaube ich. So, damit ist die Abgeschirmte hier. So, damit ist die Abgeschirmte hier. So, damit haben wir alles untergebracht, oder? So, damit ist die Abgeschirmte hier. So, damit ist die Abgeschirmten hier. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So kann man nämlich jetzt ordentlich Ressourcen zurückbekommen. So... So... Alter, wie viel kam denn da bitte raus aus dem Teil? Warum denn so viele Stofffenster? So... 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 Okay... So... Abdichtigkeit, Abdichtigkeit, Mechaniker... So... Okay... Den Blitzableiter müssen wir neu machen... So... So... Abdichtigkeit... Elektrikalkit... Und... Und... Blitzableiter... So... 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 So, wird der Tank hier mal gefüllt. So, wird der Tank hier verbreitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow! ... 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 Jaaaa... ... Ich weiß ja nicht. ... ... ... Scheibenwischer bleibt an, Scheibenwischer ist heller. Ähm, Scheibenwerfer schaltet sich ein oder aus, alle Türen schließen sich, das ist ganz angenehm! Armaturenbrett schaltet sich schneller ein und Auto kollidiert Okay, ja, das Ist egal Oh Mechaniker-Kit Bam, bam, bam So Zwei Leiterplatten Zwei Leiterplatten Nice Und dann wollte ich noch Den hier machen Das ist dann für alles Bleimäßige Das wird gerade repariert Ist das eigentlich nur Tourenabhängig, dass das Oder Nee Ganz schön viel freigeschaltet Ja, 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 ja Ja, ja, ja so ich werde dann jetzt feierabend machen ist schon ganz schön spät geworden das war eigentlich nicht geplant hat aber saumäßig spaß gemacht und ja deswegen haben wir jetzt bis zehn vor zehn gemacht passt doch ganz gut und genau dann wünsche ich einen schönen abend euch beiden noch eine gute nacht zusammen und ja so wie es dir passt kein stress also morgen bin ich dann früher dabei heute habe ich den stuhl bekommen und der ist pünktlich um 18 uhr hier gewesen genau aber morgen dann 18 uhr pünktlich vielleicht auch ein bisschen früher muss ich mal gucken aber 18 uhr so um den dreh und dann euch schönen abend macht es gut und dann auf wiedersehen gute nacht zusammen und